Das Haus der Geschichte in St. Pölten präsentiert 100 Jahre Niederösterreich. Heute, vor 47 Jahren, wurde Maria Theresia Lidochowska aus dem Mostviertler Losdorf selig gesprochen. Als Netzwerkerin und Ordensgründerin, eine einflussreiche Persönlichkeit, hat sie weltweit Spuren hinterlassen. Eine vielen unbekannte Frau, die von Salzburg aus viel bewegt hat. Ihr Leben war vom Kampf für die Freiheit und gegen den Sklavenhandel geprägt. Sie half vor es Nottat und wirkte stets gemäß ihr Motto, immer heiter, Gott hilft weiter. Ihre Vision, die Sklaverei in Afrika abzuschaffen. Und das wollte sie, ohne ein einziges Mal in Afrika gewesen zu sein. Ihr wurde einiges auch von Gott her zugemutet, aber sie hat die Freude am Glauben, die Freude Bedrückten und Betrübten helfen zu können, nicht verloren. So Erzbischof Franz Lackner anlässlich des 100. Todestages von Maria Theresia im Juli dieses Jahres beim Festgotteszienst im Salzburger Dom. Lackner hatte veranlasst, dass vor ihrem Bild am Boromius-Altar täglich eine Kerze brennt. Als junge Frau liebte Maria Theresia Lidochowska schöne Kleider, Theater und Reisen. Als sie im Gesicht Narben einer Pockenerkrankung davon trug, ließ man in ihrer Umgebung alle Spiegel mit Tüchern verhängen. Von der Hofdame zur Missionarin. Die junge Gräfin kam im Alter von 22 Jahren als Hofdame in den Dienst von Großherzogin Alice von Toskana nach Salzburg. Dies illusioniert vom Leben bei Hofe, sollte ein Schlüsselerlebnis ihr Leben dramatisch ändern. Ein Bericht über den heiligen Petrus Sklaver, der im 17. Jahrhundert afrikanischen Sklaven geholfen hatte, die nach Südamerika verschleppt worden waren, hatte sie zutiefst berührt. Sie beschloss sich von da an für die Befreiung der Menschen in Afrika einzusetzen. Sie gründete in Bergheim-Lengfelden bei Salzburg auf dem Boden einer ehemaligen Papiermühle das Missionshaus Maria Sorg und wurde Herausgeberin der monatlich erscheinenden Zeitschrift Echo aus Afrika. Bis heute leben dort sechs Missionarinnen vom heiligen Petrus Sklaver. Auch das Echo von Afrika informiert noch immer über die Menschen in Afrika. Maria Theresia Lidochowska konnte bereits als Fünfjährige lesen und schreiben. Als 16-Jährige begleitete sie ihren Vater auf einer Polenreise und brachte ihre Erinnerungen, Mein Polen, tagebuchartig unter dem männlichen Pseudonym Alexander Halka zu Papier. Mit Vorträgen und selbstverfassten Theaterstücken rief sie zum Kampf gegen Unfreiheit auf. In vielen Ländern Europas versuchte sie durch Konferenzen und Tiervorträge Interesse für die Mission in Afrika zu wecken. Es ist meine Lebensaufgabe und die der Gesellschaft, welche ich angehöre, das Missionsinteresse in die Herzen aller Menschen zu pflanzen. So die als Mutter Afrikas verehrte Selige, die vor 100 Jahren in Rom, im Alter von 59 Jahren, starb. Schon bald nach ihrem Tod gab es Berichte über wundersame Heilungen aufgrund der Fürsprache von Lidochowska. Dennoch ist ihr Name kaum jemanden ein Begriff. Das soll sich ändern. Auf der ihr gewidmeten Internetseite wird sie mit den Worten »Eine Frau, die die Welt veränderte« vorgestellt. Unter Lidochowska.at finden Interessierte Wissenswertes über das facettenreiche Leben und Wirken dieser besonderen Frau. Eine Niederösterreicherin, die als Missionarin, Journalistin und Netzwerkerin viel bewirkt hat. Ihr Anliegen, heute mehr denn je aktuell. Ihre Stimme, gegen Unterdrückung, Menschenhandel und für die Freiheit. Ihr Werkzeug, die Sprache. Ihr Leitspruch, gutes Tun, wo man nur kann, ist mein Prinzip. Diesen historischen Rückblick präsentierte Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017